hallo hallo heute gibt es klischee gebäsche ja heute tun wir so richtig einen aus der siebten sohle so über rpgs und klischees klischees über rollenspiele ja was er pg rpg roleplaying games ja ja ich bin nur freaks und nerds und so also die bekloppten die sind ja auch immer ellenlang da hat man auch kein spaß das sind nur bekloppte oder immer dieselbe geschichte immer dieselbe geschichte wir haben weniger zu 100 leute gefragt was sind typische klischees die du über rollenspiele kennst und die haben folgendes gesagt dass leute sich schwerter kaufen gewänder anziehen nach den wald gehen und kämpfen stupide das nur nerds das nur absolute nerds das spielen so richtige richtige nerds brutal monster umhacken und erst mal looten zeitfressend aufgeteilt sind die klassen meistens zu kriegerischen und dieb klassen und magier klassen und ich hab irgendwie mal dieses raster im kopf von den alten themen tops rollenspiele sind grundsätzlich immer alle gleich du hast einen held vielleicht rettest du die welt oder auch nicht du triffst npcs jeder redet das gleiche und in jeder stadt hören sich alle wachen grundsätzlich gleich an npcs wiederholen sich und jeder fucking quest npc ist zu faul sein scheiß zu machen und sagt immer er zu tun und geht kein meter weg ja ziemlich vernichten würde ich sagen also sehe ich also ich bin ja schon mal froh dass wir keine schulter machen das da gekommen also hallo hallo gruppe ich bin björn und ich spiele rollenspiele ist das wirklich so mittlerweile dürfte das doch ein bisschen etablierter sein also es kommt doch mehr aus 90er oder nicht es gibt ja verschiedene phänomene dass sich ja mittlerweile auch alles mögliche was nicht rein taktisch oder shooter ist rollenspiel nennt ja das ist auch wahr ja 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 so ein neues rollenspiel so klick klick was ist daran rollenspiel ja aber du kannst doch ein charakter spielen ja es ist halt sehr schwierig die grenzen sind schon sehr jeder shooter hat heutzutage auch ein paar rollenspielelemente es geht nicht nur um die nächste waffe zu finden sondern sie auch mindestens einmal abzugraden zu grinden zu irgendwie seine fähigkeiten zu verbessern irgendwie keine ahnung die zeit anhalten zu können zaubersprüche dabei telekinese ich kann munition an mich ranziehen und so und die geschichten sind dann auch meistens sehr futuristisch oder eben fantastisch erzählt dass das dann ins in diese shooter mechanik reinpasst und so ne ja also das ist ja so das heißt die grenzen zwischen dem klassischen rollenspiel rpg und diesen ganzen anderen spielen vor allem bei shootern und und anderen 3d spielen die verschwimmen sehr das heißt jedes spiel hat schon so ein bisschen rollenspiel obwohl so richtig zu sagen okay das ist ein rollenspiel darf man das einfach dran schreiben oder kriegt man dann dafür auf die mütze wenn es nicht wirklich ein klassisches oldschool rollenspiel mit sehr vielen werten stärke geschicklichkeit charisma und keine ahnung kochen und so weiter ist ich habe den eindruck tatsächlich dass das viele dürfen und dass das wenig hinterfragt wird ja das ist die nomenklatur und es gibt für diese klassischen ja was schreibt man ein klassisches rollenspiel also wenn jemand zu mir sagt ich habe hier ein cooles rollenspiel am start dann ist mein erster impuls aus meiner historie heraus zu denken rollenspiel das ist quasi damals das pen and paper in ein computerspiel gequetscht das mit attributen und fähigkeiten die skills und mit schwert und schild und und heutzutage auch mal mit knarre und dann habe ich ein abenteuer und ich bin der held und dann darf ich mein abenteuer quasi spielen und wäre währenddessen immer besser die maximale freiheit haben eine offene welt und kann dann darum wurscht und habe sehr viele npcs die mir quests geben und ja und dann spielt man das und dann ist das auch alles irgendwie da drin aber meistens in einer sehr rudimentären form dass man sagt ja könnte man rollenspiel nennen ist aber nicht mehr so oldschool ist auch so ein blödes wort oldschool ist halt ein rollenspiel ein klassisches rollenspiel der alten schule soja das heißt dass halt diese diese ganzen pen and paper sachen und so du hast du rostigen nagel und ein popolappen du hast eine ration dabei du hast ein seil und so du gehst jetzt in den dungeon und hörst irgendwo was kratzen was du tust du das ist einfach der klassiker womit man angefangen hat damals und das ist schon etwas was ich vermisse diesen typischen dungeon crawler die gibt es leider nicht mehr stimmt da hätte ich auch bock drauf schönes neues ultima aber es ist auch so dass auf unseren packungen oft stand action rollenspiel und mit dem begriff action rollenspiel verbinde ich persönlich eigentlich gar nicht das was drin ist ne denk ich ist unser spielen action rollenspiel ja klar du kannst allen aufs maul hauen aber irgendwie denke ich mir so ja aber es ist doch ein es ist doch ein waschechtes rollenspiel ich kann doch alles machen in dem spiel während ich irgendwie in so einer drückte jemand irgendwie so ein prey in die hand würdest du sagen ja ist halt ein rollenspiel shooter oder was ja sie sind keine npcs die die quests geben doch gibt es wohl und man hat auch monster und man kann sich gründen und hin und her jedoch gibt es wohl also ich würde prey auf jeden fall es hat sehr viele rollenspielelemente ja aber wann ist die grenze erreicht dass man rollenspiel sagt oder nicht ja das ist sehr schwierig wie seht ihr das denn was ist für euch denn jetzt ein rollenspiel und was nicht darf man alles irgendwie was so ein paar rollenspielelemente hat irgendwie rollenspiel nennen oder nicht ja schwierige frage finde ich auch weil die haben ja auch recht oft trotzdem ist es halt so für mich ist es schwierig irgendwie das passende game für mich zu finden weil sehr viele begrifflichkeiten rum kursieren und so und wenn man sagt ja das spiel ist wie das und das dann sage ich okay dann kann ich mich darauf einlassen ist dazu und so viel rollenspiel so und so viel prozent shooter so und so viel prozent adventure was für mich so die klassischen dinger sind die mich interessieren so ja weil sportspiele interessieren mich nicht rennspiele interessieren mich nicht multiplayer meistens auch nicht so das ist so single player mit diesen drei elementen so kann man darauf unterbrechen so das sind so meine meine favorites und wenn wenn ich sehe okay wie viel prozent davon ist drin dann mache ich mir ungefähr ein bild davon welche spiele ich dann da irgendwie zugrunde lege sehe dann trailer worum es inhaltlich geht und dann weiß ich ob das spiel was für mich ist oder nicht und das ist eigentlich auch unerheblich ob da jetzt rollenspiel draufsteht oder nicht ja weil der begriff rollenspiel impliziert dass ein paar elemente halt von dem große auswahl an waffen was weiß ich irgendwie die epische geschichte was ist das denn jetzt genau was sind die kriterien für rollenspiele für klischees das ist nicht so einfach mittlerweile also begrifflichkeit schon sehr verzerrt heutzutage ja stimmt aber man kann sagen bei den klassischen ist es auf jeden fall so ja hier kennt man sehr einfach aber oft ist es auch negativ behaftet das heißt wenn ich jetzt sage es ist ein ein richtig schönes klassisches rollenspiel es ist dann haupt automatisch die langweilige geschichte von irgend so einem pansel der irgendwo aufwacht sein gedächtnis verloren hat und später irgendwie den den monsterkönig besiegen muss der oben auf dem berg irgendwie das land vernichtet ne aller herre ringe hört sich spannend an wo kann ich das kaufen ja manchmal finde ich es aber auch gut manchmal finde ich so gut ist auch immer die frage wie es das erzählt da bist du wieder beim storytelling richtig ist das modern ist es nicht modern ist das altbacken ist total irgendwie nur der typ der aussieht um das fürchten zu lernen manchmal kann das cool sein ja so also wie wie es passiert wie es erzählt das spannend ist die geschichte wie spannend ist die historie wie spannend und so weiter und dann hast du auf einmal wieder al capone ja und das kann man richtig gut machen kann man aber auch richtig schlecht machen ja wenn man das kosmische rätsel vergisst ja zum beispiel das heißt es ist irgendwie nix das ist alles vorhersehbar und so und man fragt sich eigentlich nichts sondern was ganz genau okay da geht jetzt da hoch auf den schicksalsberg und haut dem bösewicht aufs maul weil der böse ist selbst ja pc ist irgendwie so der hat jetzt irgendwie sein ring verloren ist aber auch übelstes klischee das ist total klischee manchmal macht es spaß aber oft ist es halt so man möchte das eigentlich nicht obwohl irgendwie wenn man dann was neues vorgesetzt kriegt so was völlig entrückt ist du hast immer ein endgegner zum beispiel bei einem rollenspiel es gibt immer einen bösewicht der nachher der muss weg ja am ende und dann muss das auch irgendwie so ein endboss kampf sein der muss auch herausfordernd sein aber nicht zu schwer dass man da irgendwie man muss die dinge die man gelernt hat über die zeit hin irgendwie anwenden können in dem endkampf am besten und solche dinge ja klar wir haben auch mal unterschiedliche dinge gemacht also wenn ihr jetzt sagen würdet ja okay warum macht ihr das dann nicht so wir haben auch mal was anderes ausprobiert in unseren spielen touring in unserer historie so und das ist halt so die essenz da warum gekommen ja es gibt immer ein bösewicht man kann es ja auch mal anders machen ja ist ja ein klischee der bösewicht muss nachher am ende weg und dann ist das spiel zu ende ist das dann zu ende nee ist es nicht zu ende kelex zum beispiel haben wir jetzt ein offenes ende gemacht das erste mal ja vorher war dran ja bereits bösewicht blatt war das spiel zu ende haben wir immer so gemacht bei elex erst einmal nicht und und schon geht's los okay der kampf weiß vielleicht nicht so schwierig das heißt wenn man viel export und so kann man dann da hingehen und ist es einfacher zu meistern wenn man irgendwie innerhalb von 20 stunden irgendwie durchrascht die loge weg klickt und hingeht dahin geht und so dann kriegst du dann doch auf die fresse so weil das feste werte und so ein zeug ist aber ein klischee kann man mal ein spiel machen ohne bösewicht kann man bestimmt aber ich weiß nicht ob das die leute dann nicht kacke finden weil klischee ist nicht immer schlecht will darauf will ich hinaus so weil es gibt auch dinge die werden erwartet und wenn die nicht drin sind dann fragt man sich da habe ich aber irgendwie was vermisst ohne es vielleicht sagen zu können und wissen denke schon dass man klischees bedienen darf die frage ist nicht ob sondern wie das heißt wenn der npc so doof ist dass ich dem gar nicht helfen möchte dann dann verliert das spiel unwahrscheinlich an qualität aber wenn ich vielleicht mal eine emotionale note da reinbringe wenn ich den spieler dazu kriege dass er mitleid hat mit leuten oder dass er wütend ist auf auf figuren oder das herrne das heißt wenn ich das schaffe den irgendwie so weit reinzuziehen dass er wirklich irgendwie dann hast du deine favoriten und leute die du nicht magst und dann dann bist du drin in der geschichte geschichten werden auf unterschiedliche art und weise erzählt dann ist es auf einmal wieder toll und fühlt sich auch nicht an wie ein klischee das klischee ist aber auch oft so dass es so empfunden wird aber vielleicht auch gar nicht so ist das gibt es zum beispiel wir haben unterschiedliche gilden die sind meistens immer zwischen den klischees ja die befinden sich immer also es gibt die 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 klischee charakterklassen sind der krieger der tank der dieb oder mechaniker ich nehme die mal zusammen ja also einer der rumfruckelt um irgendwie sachen zu erreichen so also ob das jetzt hecken ist oder schlösser knacken nämlich jetzt mal als eine der mechaniker der froh klar und der irgendwie in ecken rum schleicher und der magier das sind die drei klassen so und wir haben immer charakterklassen design die immer irgendwo dazwischen angesiedelt sind das heißt eine charakterklasse kann immer ein bisschen magie und ein bisschen diebesfertigkeiten mechanik oder so oder ist der totale tank aber kann auch irgendwie keine ahnung hacken oder sowas oder also das heißt man war immer irgendwie dazwischen so diese reine das reine klischee bedienen haben wir oft nicht gemacht unsere magier die haben auch immer irgendwie eine art von nahkampf gehabt das heißt sie hatten entweder einen kampfstab oder ein schwert oder irgendwas das heißt sie waren nahkämpfer konnten aber magie also ein kampf magier wir haben diebe gehabt die aber auch mit fall und bogen und auch mit ihrem schwert irgendwie draufhauen konnten das heißt aber auch irgendwie eine mischung daraus oder eben naja halt irgendwelche mechaniker die auch zauber sprüche werfen können wie beispielsweise die kleriker sie können beides das sind mechaniker die haben sehr viel technische sache und so weiter haben aber auch ihre fähigkeiten und so ein zeug das heißt wir haben es immer irgendwo dazwischen gepackt um es irgendwie interessant zu machen damit wir eben dieses klischee zwar bedienen aber so ein bisschen modifizieren würde ich mal sagen ja manchmal tut es einmal spiel ja auch leid wenn du dich für eine sache entscheiden muss und die andere dann komplett weg fällt manchmal möchtest du gerne irgendwie weil du das besser kannst oder das spaß macht irgendwie durch spiel zu schnetzeln aber denn gar keine magie benutzen dürfen ist und doof gar nicht schlösser knacken und hecken dürfen ist auch doof irgendwie also ein bisschen darum machen wir das so wir bieten immer alles an ihr dürft alles ausprobieren aber bis zum meister auszubauen meistens nur dann wenn man sich auch spezialisiert genau auf ein gewisses ding ne wir nennen es gilde kann man charakterklasse nennen ist aber meistens immer ein bisschen schräg weil unsere gilden und charakterklassen immer so ein bisschen entdrückt sind ja gut ok hast du eine community frage ja hier ist die frage könnt ihr in irgendeiner art mitbestimmen wie viel eure spiele kosten und wo sie angeboten werden schwierige frage weil es ist ja nicht unsere aufgabe ich glaube das ist auch der springende punkt weil was heißt denn mitbestimmen das heißt wir müssten uns erstmal auseinandersetzen damit und müssten eigentlich wissen was schlau ist und was nicht schlau ist es gibt sehr viele menschen die soforten shitstorm lostreten wenn ein spiel exklusiv bei epic angeboten wird zum beispiel sowas ja das ist natürlich für uns als entwickler so dann sagen wir im moment da müssen wir erstmal darüber nachdenken ja wie denkt ihr denn darüber ihr müsst doch ihr müsst doch dann denken wir so ja okay ihr habt recht aber weiß ich jetzt gar nicht ich weiß gar nicht wie ich darüber denken soll was wir wollen ist möglichst vielen menschen unser spiel anbieten anbieten genau so ja also so ein exklusiv deal würden wir jetzt beispielsweise ein entwickler sagen so muss das sein muss das sein so ja 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 aber du wirst natürlich ist das sexy für uns irgendwie unser spiel auf möglichst vielen verschiedenen unterschiedlichen plattformen angeboten wird damit auch möglichst viele spieler das ding dann am ende auch zocken und mit preis ist es im grunde genommen das ist dasselbe ja weil das ist nicht unsere aufgabe so ne das das sollen sich andere überlegen was was schlau ist und was nicht schlau ist was ich rechne was ich nicht rechne und und deswegen können wir da eigentlich gar nicht viel zu sagen wir würden natürlich auch meckern wenn wir sagen dass irgendwas grob fahrlässig irgendwie verkauft wird wo wir sagen das hat eine werthaltigkeit von irgendwie x euro ja irgendein dlc und der wird dann irgendwie für was weiß ich irgendwie verkauft so was dann für 30 euro oder so ich spinne jetzt mal rum es ist nie passiert so in dieser form aber dann würden wir schon mal sagen das ist aber nicht wert da kriegen wir für auf die fresse auch als entwickler das ist klar ja aber im endeffekt liegt das in der verantwortung des publishers hat es immer getan die machen ja auch dann die marktanalysen das machen wir ja nicht wir kümmern uns ums spiel und die kümmern sich darum wie kann man am besten das ding tatsächlich unter den mann drin man kennt die hintergründe nicht ja twitch zum beispiel hat unser elex damals für zehn euro angeboten kurz her kurz zeitig da haben uns leute angerufen seid ihr denn wahnsinnig ihr verramscht euch doch wie wollt ihr denn das und wenn ihr dafür zehn euro gibt da kaufen alle bei denen und dann bleibt nichts mehr übrig dann sagst du ja der hintergrund ist twitch wollte an einigen stellen werbung machen für für die plattform und hast du nicht gesehen und hat sozusagen THQ ein gewisses kontingent abgekauft und hat das dann halt irgendwie günstig angeboten damit menschen da hinkommen um sich für die sache die die da bewerben wollten zu interessieren es ist aber nur ein gewisses kontingent nicht alle kaufen das dann da weil viele auch nicht davon erfahren haben oder keine ahnung weil das kontingent irgendwann auf aufgebraucht ist und so weiter und solche dinge das sind so hintergründe die wir gar nicht wissen wir würden jetzt nur sehen 10 euro das geht ja gar nicht so nach dem motto würden sie uns dann da melden und sagen was macht ihr da und so und dann sagen ja moment das hat den und den hintergrund und ach so ja okay meistens hat es ja auch mal ein grund vielleicht auch manchmal nicht ne vielleicht ist man auch an einigen stellen mal nicht so schlau aber das können wir nicht beurteilen was schlau ist und was nicht es ist ja auch meistens immer so die rechnung preis gegen reichweite nur das heißt wenn irgendjemand für dich wirklich immens werbung macht und damit eine viel größere masse an menschen erreicht und dafür ist es zeitlang irgendwo günstiger dann macht das so ein deal vielleicht sinn während es keinen sinn macht irgendwie sein spiel einfach irgendwo zu verschenken oder es viel zu teuer zu machen dass es kein mensch mehr kaufen will also diese grad wanderungen die müssen die sich dann überlegen und wir gucken ob das sich gut anfühlt oder nicht also theoretisch könnten wir uns immer melden machen wir aber meistens nicht wenn es dafür nicht wirklich einen immensen anlass gibt ja wir hoffen damit ist die frage beantwortet und vielen dank für eure aufmerksamkeit und wir sehen uns dann hoffentlich nächste woche hier wieder wenn es heißt piranha becken tv genau macht's gut bis dann tschüss 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 Vielen Dank.